Ja, da spritzt ordentlich die Jury. Schaut euch mal an. So, und warum? 3, 2, 1, voll. Also, es war aber sehr stark. Herzhafte Gesicht, da haben wir gesagt, das ist immer ein gutes Zeichen für dich. Ohrmoppenzeichen. So, jetzt sind wir gespannt. Mit Anlauf. Da waren jetzt die Füsse vorne, glaube ich. Ich denke, jetzt sind wir gespannt. Mit Sonnenbrille. Mal schauen, ob das läuft. Mit Anlauf. Eine Astrennenlandung. Die Sonnenbrille ist weg. Die Sonnenbrille. Ja, da sind auch noch dabei. Konzentrieren. Und auch noch mal. Hopp. Jetzt haben wir was Schmerzhaft bei uns gehört. Mit Anlauf. 14, 28, 36 Punkte für den Matthias. Mit viel Anlauf und einem ordentlichen Rums. Jetzt merkt man, dass ein Enserbrät mit Anlauf, das geht ganz gut. Ja, die Jury ist nass, auch das ist ein gutes Zeichen. Großer Applaus. Da ist David Scheidl. Mit Schmerzhaft. Mit Schmerzhaft. Mit Schmerzhaft. Großen Applaus. Furchtlos. Großer Schmerzhaft. Super ist das. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Die Angst steht ihm ins Gesicht. Boi. Hallo. Hallo. Der war nicht schlecht. Sehen Sie sich diese Wehren tun an. Wahnsinn. Es gibt fünfmal die Neuen für Edith. Mit Anlauf. Der kann auch wehtun. Zweimal die Zehn. 20, 48, 45. 45 Punkte für Gerhard Kraus. 40 Punkte für Gerhard Kraus. 45. Edith. 46 möchte ich sehen. Auch das wird wohl morgen noch wehtun. Dreimal die Zehn. Da ist er. 97. Einer. Einer hoffen Applaus für Dias Neumann. Ab ins kühle Nass. Vielen Dank. Hopp. Sehr schöne Landung. Das war eher Kauchfleck als Tashkong. Wir brauchen ein Metabrett. Spannend. Und aus. Ausdrehen, Landung auch hier. Und marschieren. Das ist ja einfach sehr groß. Jetzt bin ich gespannt. Ordentlich! Schöne Aspannung. Schauen wir mal, was ist denn wieder zu sein? Oder nachher nachher. Wo? 24. Das ist echt gut. Einmal großen Applaus. Das ist die Hanna am 1er wie die Hanna. Und ich glaube, da gibt's die Wappen da durch. Los geht's mit Hanna! Lika! See ya! Wow! Ciao! Das ist endlich perfekt. Wir gehen fahren. Das geht ein Raunen durchs Publikum. 49 Punkte! Das ist top! Da gebe es heute. Riesen Applaus! Riesen Applaus! Für Robin Romina! Oh! Er füße sich. Also. So! Die sechs, die acht. So! Los geht's! Der Bürgermeister geht voran. Das Dreierbrett ist geschlackt. Los geht's! So, unser Startfahrer, Decker und Josef Rettnummer, ich glaube, jetzt wird es, die 50 werden fallen. Ich möchte jetzt keinen Druck machen. Ja, Lukas Piper hat ja die Zähne in der Hand. Die Zähne von Philipp Lohedold. 48 Punkte. Du hast die meisten Übung, glaube ich, in dieser Sache. Sehr, sehr schönes. Gute Ausführung. 45 Punkte für Lucke Müllner. Vielen, vielen Dank an die Jury.